Manche nennen die Vespa die Mutter aller Motorroller. Viele dürften beim Anblick des Kultfahrzeugs sofort Bilder aus Italien vor Augen haben, wie Menschen auf der Vespa durch enge Altstädte flitzen oder auf gewundenen Straßen in der Cinque Terre dem Sonnenuntergang entgegenfahren. Die Vespa ist nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch Lebensgefühl. Und das seit nunmehr 75 Jahren. Marie von Malengrott. Man fährt von A nach B auf einem Fortbewegungsmittel, was für die einen eine eher praktische Angelegenheit ist, ist für Claudio Zara, na ja, eine sehr besondere Beziehung. Auch wenn sein Vespa und Radverleih in Rom gerade brach liegt, die Vespa, so sagt er, kann sich auch in Pandemiezeiten seiner Treue sicher sein. Vielleicht übertreibe ich, aber ich liebe sie. Deshalb habe ich ihr auch ein Lied gewidmet, L'amore in Vespa. Einfach, um das Gefühl zu vermitteln, das wir für die Vespa empfinden. Die Musik von ihm selbst komponiert, seine Frau und er als Schauspielerinnen. Unklar, ob die Rose nicht doch allein der Vespa gilt. 1946. Kurz nach dem Krieg wird diese italienische Unabdingbarkeit geboren. Der Erfinder erklärt es mit Hingabe. Ich habe einen Kotflügel unter dem Sattel angebracht, der das Rad abdeckt. Ich habe den Lenker korrespondierend zum Vorderrad gesetzt und automatisch ergibt sich die Form. Was recht simpel klingt, wird für viele zum Kult. Weltweit gründen sich Vespa-Clubs jedem Zeitgeist seine Vespa. Der Zeitgeist bringt zwar gerade in Corona-Zeiten in Rom auch mehr und mehr nichtmotorisierte Zweiradfahrerinnen hervor. Aber die Vespa fühlt sich nicht verlassen. Wir sind mit ihr. Das fühlt sie auch. Wer so viel Zuneigung spürt, kann sich auch mal ohne Fahrer auf den Weg machen, wie hier in diesem alten Werbespot, wohin die Reise auch in Zukunft geht. Beim Wetter kehrt sich die klassische Nord-Süd-Rollenverteilung um. Das heißt, sonniger im Norden, regnerisch im Süden. Hier die genaue Vorherung.